Hallo? Wir hören das nicht, oder? Machen wir einen Muten im Test. Ich höre dich nicht, ob du jetzt dich mühst sind. Hörst du mich? Ich kann schon zwei, drei Mal ausprobiert werden, wenn wir hier drin sind. Achso, ne, hörst du mich nicht, ne? Oh Gott, das ist aber hier unangenehm. Schaut doch mal, Entschuldigung, ich hab doch schon geschaut. Hier, einstellen, Tastatur. Hä, was war das? Hä? Warte, 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 ich bin in der Vorfall. Hier gibt's keinen Push-to-Talk. Hey, mach mal Licht an. Ich hab kein Licht. Du hast die einzige Tasche. Hey, wo willst du hin? Ja, hier, suchen. Kannst du dich weg mit der Tasche lang gehen? Ja, so. Ach, du hast Licht angemacht. Oh, hier schlägt was aus. Was? Ja, hier aus meinem EMF-Meter. Irgendwo. Hallo, sind sie da? Hörst du mich? Ich will, was soll ich noch mal erzählen? Was war das noch mal? Äh. Ja, hier, tu, oh. Ja, hier vor Exorciation. Ja, hier vor Exorciation. Exorciation. Ja, erzähl mir doch keine Scheiße. Vor Exorciation. Oh, hier ist was für dich. Geh mal rückwärts. Och, die, nicht ein Dreirad. Was geht's da runter? Leucht mal rein. Wo? Ja, geht's raus, wa? Oh, okay. Hier ist, äh, Kinderspielplatz. Hey, wo gehst du mal hin? Du hast ja gesagt, rausgehen oder nicht? Nee. Was ist hier, was? Weiß ich nicht. Tobi, du bist nicht. Er ist gesprochen. Hier ist ein Kanikel. Och, guck mal, der Fassmohase. Der Fassmohase. Guck, 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 guck. Ey. Er ist da wegschmeißen, den Scheiß. So. Oh. Oh, das finde ich voll cool, dass du hier voll viel wegschmeißen kannst. Hä, hier waren wir doch gerade, oder nicht? Warte, nee. Guck mal hier. Heftig, ne? Da. Oh, 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 oh. Scheiße. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, hier hat man keine Ausdauer mehr. Der kommt mit raus. Hei. Der kommt mit raus. Der kommt mit raus. Der kommt mit raus. Oder so, ne? Ja. Ich bin ja voll erschrocken, ey. Die dumme Sau. Man hat nur eine gewisse, gewisse Ausdauer, ne? Ja, ja, ich muss mal trinken, warte mal. Ich auch. Ich brauche Zigarette. Wer ist hin? Quatsch, komm mal wieder rein, zu dich. Der ist hier irgendwo hingelaufen. Der kam von oben. Komm, wir gehen mal kurz hoch. Jetzt kriegt er einen Platten. Den habe ich dann hier geworfen. Vor Schreck. Das war... Hast du schon gesehen, dass der grün war, ne? Ja. Ja? Pulg. Ne, grün halt. Grün. Hier wohnt grün. Ah, danke, Stampy. Sven, wie... Sabi, hallo. Sven, wie geht's dir? Ah, danke, Stampy. Hello? Hallo? Dann können wir den auch gar nicht rufen, jetzt, ne? Doch, wahrscheinlich schon übers Gerät, oder? Vielleicht geht nur noch nicht der Player, äh, Multiplayer, äh, tollen. Ah, guck mal. Oh. Was hat Gerät gesagt, Stampy? Was? Lorischen, ne? Ich muss mal schnell pinkeln. Bleib du mal hier stehen. Hör doch auf! Junge! Ich geh mal schnell pinkeln, ja, pass du hier auf. Sie können... Ähm, linke Maustaste gedrückt halten, dann hast du so ne Faust, die da angezeigt wird, dann kannst du zuhalten. Oh. Der kommt. Ah! Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Was passiert? Hä? Hey, du. Ich kann ja irgendwas tun. So. Was hast du gemacht? Doch. Hä? Gar nix. Wieso lieg ich da? Was? Ich weiß nicht, was passiert ist. Bin ich tot oder was? Ich kann's nicht sagen. Ich dachte, dir geht's nicht so gut. Wie, dir geht's nicht so gut. Nee, was ist passiert? Einfach umgekippt. Ja, ich weiß nicht. Ich stand an der Tür, hab die zugehalten, dann bist du hinter mir umgefallen. Ich setze dich mal auf die Toilette. Da. So. Jetzt besser. Geht's dir besser? Was? Ich sitze vor dem Klo. Deine Kamera. So. Er hat dich eiskalt geopfert, Gerät? Nee, das steht gar nicht, das voll die Lüge, ich hab die Türe zugehalten. Schattenfang ist er gekommen. So, wie? Also bei mir sitzt du auf, was mach ich jetzt? Ja, komm raus, dann nochmal neu. Okay. Oder wie geht das? Komm, komm schon raus. Lobby. Geht's zur Lobby. Mich auch verlassen. Oh, da kommt jemand rein. Oh. Das bin ich doch. Was, wirklich? Das seh ich doch nicht. Stimmt gar nicht verfehlt. Kommen wir jetzt wieder zurück. Hey. Ja. Wie kommen wir denn zurück? Ja, in den Bus. Ja, wie denn? Achso, ich muss da hin. Wie komm ich denn zurück? Ich hab kein Licht. Wo ist denn die Treppe? Hier, nimm die Türe hier. Komm. Oh. Hey, schon. Hier. Nein. Ich seh nix. Du musst da draus, ne? Hier ist kein Licht, Hilfe. Was? Wie komm ich denn zurück? Hier ist Licht, guck. Genau, jetzt hier die Türe. Hier die Treppe runter. Hinter dir, hinter dir. Ich hör den. Hä, der hat das Gesicht hinten? Oh, was? Oh. Der läuft mit dem Kopf gegen die Türe. Jetzt hör ich. Türe zu. Türe zu. Ja, komm, fahren wir jetzt mal. Ja. Ach, nee, 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 nee. Ach, Herr Gemini. Hätte ich wieder zu Hause. Lebst du wieder? Ja. Ach. War es aber unangenehm dort. Ja. So, pass auf. Wieso bin ich jetzt gestorben? Ja, pass auf, ich war in, du wärst, du warst Pinkel. Und dann hab ich gedacht, weil der ja stand, man soll die Tür zuhalten, dann hab ich so an der Türe gestanden und hab zugehalten. Dann hat der nämlich geklopft. Und auf einmal gab's ein Geräusch. Mhm. Und dann hab ich mich umgedreht, dann lag es auf Boden. Okay. Okay. Also ich hab, der kam nicht durch die Tür. Okay. Frau von Kalyptatrus, grüß dich, wer fehlt, wie geht's dir? Ich hab wirklich zugehalten. Die Texturen sind auf Transparent gestellt. Kann man das umstellen, oder was? Der Geist kam durch die Wand und hat dich geholt. Okay. Konnte ich nix für. Ach, guck mal hier jetzt. Weitere Ziele. Gefundene Hinweise. Ja. Wir waren gut, ne? Messen Sie Temperatur. Das waren die Temperaturen. Bilden Sie einen Geist. Das war eben. Oder müssen wir das jetzt noch? Finden Sie einen Geist? Nee, das war eben. Zurück. So. Ja, aber wo haben wir denn so ein Buch oder sowas? Oder so eine Tafel, wo wir das denn sehen? Nur einen Bus haben wir, oder wo? Guck mal, wie Frankreich. Wenn wir das jetzt auswählen wollen. Aufträge. Ach so. Frankreich. Einfach Untersuchung. Kaufen. Ja? Ja. Okay. Komm, jetzt gehen wir mal zum Bus. Da können wir jetzt noch was kaufen? Nee, wir haben doch das Zeug alles da im Bus liegen, wenn das losgeht. War doch eben auch. Oder nicht? Okay. Ja, wenn das ausreicht. Oder was ist das für eine Werkbank hier? Weil ich hatte zum Beispiel keine Taschenlampe. Ja, gut. So. Weil, weil... Ich hab den Geist nicht gesehen. Jetzt mal ohne Schalt. Ich hab die Türe zugemacht. Ich hab nur einmal ganz kurz die Tür aufgemacht. Aber da war kein Geist. Ja, guck mal, wie die Waffen waren ja auch nicht dabei, ne? Doch, jedes Trum Trum war dabei. Echt? Ja, das hat's doch in der Hand. Ach ja, stimmt. Hast du noch geschossen? Aber... Muss man hier nichts kaufen? Ich lüge gar nicht ohne Scheiß bei mir. War kein Geist. Echt, Venti? Okay, komm, ist ja egal. Ich lüge gar nicht. Wir kennen das Spiel ja nicht. Wir gehen jetzt nochmal in den Bus. und fahren mal hier nach Frankreich. Okay. Zu der Pianistin. Wie hast du das eben gestartet? Ja, gar nicht. Ich hab die Türe zugemacht. Du hast gestartet. Du musst ja auch... Oh! Ja. Was hat das jetzt gemacht? Ja, das Lenkrad angeklickt. Okay. Bulldog, grüß dich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Danke, Lupenrein. Okay, jetzt haben wir hier das gleiche Equipment wieder, ne? Ja. Aber ich dachte, man kann halt vielleicht irgendwo noch eine zweite Taschenlampe oder so dazu kaufen. Achso, jetzt haben wir das Brett. Exorzieren Sie den Geist. Messen Sie eine Temperatur. Finden Sie den Geist mit EMF. Bilden Sie den Geist. Messen Sie OCC-Signal. Größer als 10. Was ist denn das hier? Oh, guck mal. Kleine Toilette. So. Wir haben gar kein Temperatur-Messling hier. Nee? Nee. Hier liegt ja alles. Katzenauge, Weihwasser. Doch, hier muss irgendwo ein Thermometer rumliegen. Kreuz. Weiß ich nicht. Kamera. Sprachbox. Funk-Dings hier. Maria. Tug mich mal. Ach, wann. Aber wo ist das Thermometer? Genau verfällt. Ja, das weiß ich auch nicht. Vorhin lag das doch hier, oder? So, ich nehme die dicke Bumse mit hier. Das brauchen wir doch gar nicht. Wir müssen die Sachen erfüllen. Achso. Also ich nehme wieder EMF. Ja, aber wo ist die Temperatur? Ja, weiß ich doch nicht. Ich mache Foto. Ach, Fredo, helf mir. So, wo kannst du das jetzt nachgucken? Ah, hier. Wo? Nee. Temperatur misst das Ding mit dem orangischen Bildschirm. Das da? Mach mal an. Temp. Ja, hier. Ah, okay. Ja, dann komm, let's go. Da, der OCC, warte, ich kann drei Sachen nehmen. Hast du? Drei? Ja, kann ich nehmen. Ja, nehme ich noch Weihwasser oder sowas hier. Finden Sie. Wie exerziere ich nochmal mit was war das? Wie exerziere ich? Mit der heiligen Maria? Ja, ja, nimm die Maria mit hier. Aber die exerziert doch nicht mit der Holy Bible, oder? Ja, oder dat. Lucy line. Oh, guck mal, hier steht sogar was drin. Moment, Moment. Wo kann man das denn kaufen? Du schreibst ja, man kann das kaufen, also das Gerät. Aber wo kann man sowas kaufen? Madre, wo grüß dich? In der Bibel steht. Dio, ne? Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herren, befehle ich dir, dorthin zurückzugehen, wo du herkamst. Wer, ich? Lass deine Seele zur Erde zurückkehren. Lass dein Körper zu Staub zurückkehren. Ich geb dir gleich auch mal Staub. Komm, hier rein. So sei der Wille Gottes. Komm. Ja, ich lese die Bibel. In der Lobby? So viel Zeit muss sein. Wo denn da? Das musst du vorlesen im Haus. Exorziere ich den dann? Okay. Guck mal, guck mal, jetzt mal ohne Scheiß. Bitte musst du das auf Italienisch lesen. Es wird automatisch italienisiert. Warum, warum jetzt überlegen. Warum Phasmophobia, ne? Warum haben die so lange dran gesessen, um das scheiß Gefängnis zu machen, weißt du? Oder diese Drecks Highschool, die viel zu groß ist, ne? Warum haben die nicht drei, vier von diesen kleinen Dingern genommen, ein paar geile Soundeffekte, wie hier rein, weißt du? Ja, sag ich auch. Mein Reden. Auf Latein. Katzi LocoTV, danke schön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Hallo Loco. Valentine, grüß dich. Hallo Bloody. Wache, ist Licht hier? Schalter? Das ist das Haus der Pianistin jetzt, ne? Ja, das sieht aus wie mein Haus, das stimmt. Was denn das? So wohne ich auch. Hallo, das ist mein Hyaluron. Achso. Wat ist, ich hab nur Licht angemacht. Ja, du bist das. Wo habe ich die Tür aufgemacht? Ach, hier. Ja, wo bin ich denn jetzt? Hä? Ich bin verwirrt. Ist hier so schlecht. Aber hier ist noch Licht. Oh, gut. Hier ist noch eine Türe. Die Mücken, ne? Ja. Was habt ihr gespielt? Boah, ist das cool hier. Boah, hast du den Raum gesehen? Was für ein Raum? Der ist voll toll. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ja, hier. Ach so. Guck mal, wie cool der ist. Finde ich stylisch, diese Atmosphäre. Hä, wo ist denn jetzt das Sofa hin? Ach da. Hä, guck mal, wenn du hierhin gehst, verschwindet das Sofa. Ja, tatsächlich. War voll der toll Kamin. Was ist denn denn? Türe. Kann ich den jetzt schon exorzieren? Weiß ich nicht, oder? Ja, das geht, Multiplayer. Bausebär, machen wir ja auch gerade. Ne, ne, ist, äh, Multiplayer machen wir ja gerade. Du, der du diesen Ort heimbruchst, im Namen des Herren, befehle ich dir dorthin zurückzugehen, wo du herkommst. Lass deine Seele zur Erde zurückkehren. Lass deinen Körper zum Staub zurückkehren. So sei der Wille Gottes. Wir haben Phasmophobia gespielt. Ah, okay. Ja, und Dankeschön für 50. Vielen, vielen Dank. Ja, wo häng ich denn hier? Ich hoffe, dir geht's gut. Danke. Was ist denn da im Kühli? Was ist, was? Da im Kühli. Kühli? Kühli drin. Oh, der steht aber schlecht. Da kriegt man gar nicht die große Tür rauf. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Ich werde bekloppt. Ich weiß ja nicht, oder? Hier. Geht nicht kaputt. Da, guck doch. Guck mal, vor die Barrufa und so weit. Hat sich aber einer gegönnt. Okay, ich nehme mal hier. Warte mal. EMF. Boah, wie geil der Esstisch ist, wa? Was? Der Esstisch. Oh, da ist ja was. Wo bin ich? Hilfe. Ach da. Meine Maus ist so schnell. Hast du was gesehen? Ja, da ist was gekrabbelt. Das ist gekrabbelt. Mach mal hier im Badezimmer Licht an. Höh. Boah, mir gefällt das Haus voll, wa? Hör auf. Ich finde das voll geil. Guck mal hier, das Badezimmer. Er ist hinter dir. Was sagt? Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das ist möglich für Arme. Hilfe. Ich bin im Badezimmer. Lässt du mich jetzt gerade hier allein? Hey, der nimmt den Bus auseinander. Ist der draußen? Da komme ich. Warte, ich schaue euch den weg. Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Ich habe hier... Nein, den Wort Gottes. So. Wort Gottes. Okay, warte. Ich komme auch. Gehe zurück. Mit dem Wort Gottes. Ich komme. Wo ist der? Wer ist die noch? Kaputt. Wo ist er? Ich weiß nicht. Der ist weg. Das war gerade eine Frau, ne? Ja. Ich habe die, ich habe die, ich habe die eingefangen hier im Gerät, glaube ich. Nee, du hast die nur verscheucht. Alter, das ist ja besser als Ghostbusters hier. Komm jetzt. Ja, komm, 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 den nehme ich mit hier. So. Okay. Ja, aber was, wie ist das jetzt eigentlich? Sollen wir den jetzt kaputt machen oder was? Nee, hier, hier, was soll man überhaupt machen? Ich weiß auch gar nicht. Ja, ich weiß eigentlich, unser Auftrag. Komm, wir gehen nochmal gucken. Sollen wir den jetzt töten oder was? Ähm, warte. Das steht auch hier. So, guck mal, wir haben schon zwei Sachen hier. Ja. EMF und... Messen Sie ein OOC-Signal größer als 10. Ja, ich habe hier das OOC-Gerät. Machen die AP hier oder was? Weiß ich nicht. Out of Character. Messen Sie die Temperatur, haben wir nicht gekauft. Exorzieren. Du musst die Bibel. Aber ich habe doch Temperatur mit dem Gerät. Ich wollte ihn ja exorzieren. Ja, dem musst du was von der Bibel erzählen oder so. Ja, habe ich doch. Warte, wie wäre es denn, wenn ich dir was von der Bibel erzähle und du nimmst das Gerät mit dem OOC und Temperatur? Ja. Ja. Dann machst du das und ich exorziere. Was muss ich nicht machen? Will ich noch irgendwas machen? Ja, gar nichts. Wenn wir müssen wir haben, 10 OOC, ne? Größer als 10. Okay. Muss ich das einfach nur erzählen? Warte mal, hier steht doch beschrieben. Ich habe mich an, wie es auch gespielt haben muss. Vielleicht eine Unterrichtschunde. Ach so. Heute sucht nur noch ein Geisteranwesen. Wir müssen die Kategorie bestimmen. Aber wie machen wir das denn? Warte mal, Escape. Geisterwiki. Ach hier, unter Geisterwiki. Geisterwiki? Ja. Gekritzelgeräusche, Temperatur. Aha. Aha. Elektromagnetisches Feld und noch nicht bestimmt. Foltergeist, Schatten. Wiedergänger, Dämonen, Kinder. Kinder. Okay. Exorzismusanzeigen. Drücken Sie diesen Knopf. Exorzismus-Schritte. Keine Kategorie gewählt. Hinweise gesammelt. Noch nicht bestimmt. Warte mal, Tomate holen. Ich habe Hunger. Jetzt holt er sich eine Tomate. Dann pinkelt er und dann stirbt er wieder. Und dann ist er wieder schuld. Gekritzel, Symbole, Bilder, Text, Schrift an der Wand, Malerei an der Wand, Geräusche, Geisterfon, ESP, Geisterfon, Radio, Stimmen im Haus. Ach so, man muss die vielleicht auch mal durchgucken, die Hinweise, wenn man das weiß. Hat sie noch geschlafen. Lüps. Hallo, Lüps. Na, Lüps. Mein Sternchen. Mein Sonnenschein. Ja, ja, Holgi. Das stimmt. Okay, komm rein. Ja, aber warte mal kurz. Ja. Warte mal ganz kurz. Elektromant, nee, es fällt, EMF 5. Äh. Okay. EMF hab ich, ne? Ja. Okay. Aber hat man nicht hier auch, ähm... Aber ist es denn schlau, den... Gleichzeitig Taschenlampe? Nee. Junge nicht. Oh, jetzt hab ich auch weggeworfen. Scheiße, wo ist denn das jetzt hin? Ja. Sekundäraktion ausführen. Warte mal. Oh, wie hast du das gemacht? Ähm, okay. Ich hab ja eh keine Taschenlampe, aber gut. Ähm, Mausrad drücken. Wenn die Taschenlampe in der Hand hast. Standard grüß ich. Wie geht's dir? Ja, aber die Frage ist ja jetzt... Soll ich exorzieren oder erst mal? Ich weiß auch nicht so genau. Hm, exorzieren. Ich glaub halt auch, ich bin auf Spanisch eingestellt oder Italienisch. Was? Ja. Ob der mich verstehen tut. Was schreit denn da so? So, und ich doch 10, ne? Also Stimme in dem Haus ist zum Beispiel auch ein Hinweis. Ja. Malereien jeglicher Art musst du wissen, was für eine Malerei es ist. EMF ja auch. Und gekritzelt an. Oh, der kommt! Buh! Buh! Da ist doch ja keiner! Doch, leider. Nee, da ist keiner. Doch, die kam gerannt. Nein, gar nicht. Da steht die am Fenster, am Fenster steht die links. Wo? Die stand da am Fenster. Steht da ja keiner? Die steht da, stand da einmal am Fenster. Wo? Ja, am Fenster. Die stand am Fenster. Die ist gerannt gekommen. Exorzieren ohne Kreuz, das wird nix. Was, Frau Kreuz? Die Kreuzung. Am Treu? Nein, die stand da am Fenster. Gerade, ich schwöre es. Zweimal. Wo ist denn das Kreuz? Ach, da. Okay, jetzt muss ich gleichzeitig irgendwie das Buch nehmen. Wie mache ich denn das jetzt so? So. Guck mal, wie sehe ich aus? Mal gucken. Im Namen Gottesgeist. Du wirst jetzt ausgetrieben. Warte. Warte. Nicht gut. Perfekt. Ich finde es sieht teuer aus. Rechtsstandard. Ja, ist immer blöd, ne? So, Achtung geht's. Warte mal, kann ich das auch lesen? Warte mal, beim Stehen. Ja, stimmt. Ja. Ja. Da du diesen Ort heim suchst. Im Namen des Herren befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. 5, 4,2. Lass deine Seele zur Erde zurückkehren. Lass deinen Körper zum Staub zurückkehren. 4,4, 4,4. So, sei es im Wille Gottes. Nein, komm. Geh doch hoch. Deine Dame Gottes. Bin ich doch hinter mir. Da ist doch gar keiner. Doch. Oh, ich habe ganz schwummig gesicht. Die ist hinter dir. Warte, wo? Die ist immer unsichtbar manchmal. Die ist hinter dir. Die ist hinter dir. Die ist unsichtbar. Die ist im Kopf gehen nicht übel geworden, die Doofen. Hör dich. Du, der du in diesem Ort heim suchst. Im Namen des Herren befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. Lass die Seele zurückkehren. Lass deinen Körper zum Staub zurückkehren. So, ich komm raus. So, frei ist der Wille von Gott. Ich schreck. Ich schreck. Ich schreckt. Ich schreckt mit meinem Exorzismus. Ja, ich habe die Maria in der Hand. Guck. Ja. Du siehst ziemlich bescheuert aus, muss ich sein. Ja, ich will gerade auch schon. Dein Arm ist vollgebrochen. Wir nehmen die Maria jetzt. Warte mal, vielleicht ist das sowas auch. Muss ich auf den Boden stellen. Ja, ja. Ja, das habe ich vorhin gelesen, im Tutorial, wo du dich gelesen hast. Die stellen wir hier mal hin, hier, die Maria. Ja. Pass mal auf. Da, guck. Maria, pass auf. Okay. Und jetzt? Da reiche ich ihn auf. Wir müssen hoch. Okay. Komm. Soll ich ihn auch exorzieren? Wie lange muss ich denn exorzieren, bis sie exorziert ist? Ich rede weiter. Ja. Du, der du diesen Ort heim suchst. Jo. So. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du hergekommen bist. Lass deine Seele zu Erde zurückkehren. Ja. Lass dein Körper zu Staub zurückkehren. Ja. So sei der Wille Gottes. Verschwindende, Geist. Geist, ich exorziere dich. Ich exorziere dich an diesem Billardtisch, denn es ist meiner, denn du kannst gar nicht spielen. Hier ist gar keiner. Nichts sei... Oh. Wo ist sie? Wer? Ah, die... Hier ist doch ja keiner. Nee. Ich hör dir. Sie kommt. Ähm, Geist, Geist. Geist, Geist. Geist, Geist. Geist, verschwinde. Geist, geh aus diesem Haus. Wo ist die Treppe? Nein. Hilfe. Hier. Oh. Hinter mir, die tötet mich. Hilfe. Hilfe. Heilige Maria, Gott, sie schütze mich vor dem Geist. Hinter mir. Wo ist sie? Ich bin draußen. Die geht, die hängt... Die hängt an der Decke. An der Decke. Ja, die heilige Maria hat sie aufgehalten. Meinst du, es war Maria? Ja. Das war die Maria. Die ist nicht bis zu Maria gegangen. Wir müssen wieder hoch. Wo ist das? Okay, ich hole den EMF raus. 16 OOC. Hatten wir 16 OOC? OCC. Warte mal, komm. Ich gehe mal schnell zum Bus gucken, ob das da an der Tafel steht. Ich bleibe hier sicherlich nicht allein drinstehen. Vielleicht guck auch mal, ob wir schon was extortiert. Ja, genau. Oh ja, wir haben da irgendwas. Jetzt komm ich hier nicht weiter. Was steht denn jetzt hier? Was? 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 Okay, so. Was?